So, hier haben wir jetzt die zukünftige Druckplatte. Die muss ich jetzt von den Rändern her noch ein bisschen mit dem Bandschleifer bearbeiten. So, jetzt kommt die Übertragung meiner Skizze auf die Platte. So, soweit war das jetzt mit dem Messer. Jetzt komme ich hier zu dem Mezzotinto und werde da noch unterschiedliche Schwärzen eingravieren. So, jetzt kommt die Übertragung. 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 Also, es gibt vielerlei Gründe, warum ich mich mit der Tiefdruckgrafik beschäftige. Die Übertragung ist einer der prägendsten ist halt, wie der Ausdruck prägend schon sagt, dass ins Papier das Bild eingeprägt wird. Man muss Metallplatten gravieren, man muss in Metallplatten Bilder einschneiden. Man muss verschiedene Papiere auswählen, um bestimmte Bildüberlegungen darzustellen. Wenn ich eine Metallplatte graviere, wird der Ausdruck nachher im Papier immer ein absolutes Charakteristikum haben, der nicht vergleichbar ist mit einem Gemälde, nicht mit einer Zeichnung und auch nicht mit einer Federzeichnung, die vielleicht am ehesten einer Grafik ähneln würde. Und das sind halt die spannenden Momente, die mich bei diesen Arbeiten reizen. Die Übertragung